Musik Ich bin die Dauer-Managerin und arbeite seit fast 10 Jahren im 25 Aus Hotel Bikini Berlin. Musik Also ich glaube, es ist der Mix, das Bikini Berlin besonders macht. Das Design, die Musik, aber vor allem auch die Menschen, die wir arbeiten. Das Team ist ganz, ganz besonders. Und das Erlebnis, das wir jeden Tag schaffen für sehr, sehr viele Gäste. Was ich liebe, ist natürlich jeden Tag zu John Lee inzwischen den ganzen verschiedenen Aufgaben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, das Beste rauszuholen und Spaß zu haben. So einfach mit den Menschen zu lachen, die zu motivieren und am Ende des Tages, die wir für das Haus zu verlassen. Musik 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 Wir haben viel neue Spur. Wir sind jetzt seit 10 Jahren in Berlin und wir wollen das Hotel in einen kleinen Refresh geben, aber dabei auch die Berliner Ansprechung, Co-Working-Space, so wie es Brainstorming-Titel werden und darauf wollen wir jetzt auch konzentrieren, dass wir wirklich Berliner mit unseren Hotelgästen an einem Tisch zusammenbringen, dass man hier arbeiten kann, sich einen Kaffee nehmen kann. Das ist ein Projekt hier auf der dritten Etage. Wir haben auch Zimmer sollen wie L und XL Zimmer, die sollen Refresh bekommen, wir wollen ganz gerne die Betten so bauen, dass man direkt an die Zuschauen kann. Und ja, so ganz viele kleine Neuigkeiten, aber das Schöne wird es sein, einfach wieder ein neues Erlebnis, ein neues Design, was repräsentierend ist in 2024. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020